So, und wir spielen eine Runde Black Ops 2, also Call of Noob mit mir, mit J. Jones Joker. Ich hab mal die elendigen Leute in der Lobby stumm geschaltet, weil das kann sich ja keiner mit anhören. Ich hatte gerade eine gute Runde, die ich nicht aufgenommen hab. Er hat gesagt, ja, das kann doch jeder erzählen, dass du eine gute Runde gespielt hast. Ja, das kann auch jeder erzählen. Mal gucken, wie die Runde läuft jetzt. Ich hab auch voll übertrieben, äh, jetzt Drohne, Hellstorm und Blitzschlag drin. Ich hab die Kiste nicht mehr dabei, ich will einfach den Blitzschlag dabei haben, weil der Blitzschlag an sich ganz geil ist. Aber mein Problem ist, auf dieser Map bin ich eh nicht so geil. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich elendig verkacken. Sag ich doch, der Typ vor mir, der stirbt erst mal so gar nicht. Was ich recht komisch finde, der hätte eigentlich umfallen müssen. Was du denn schießt auf die Fernseher? Hast du gesoffen oder was? Ich hab dich! Oh, da hat einer. Da war er. Ich hab bestimmt gleich noch mehr Besuch hier. Na los, na los! Wo hat der denn geschossen, bitte? Nein! Wo stand der denn? Joa, der Enten im Gebüsch, so ein Drecks-Dschungel-Camper, alter. Boah, krieg ich wieder Plack. Ich wollte grad sagen, stirbt der mal? Hüpfig, springy. Ich hab' nen Ampel, Hannes. Kann noch einer von oben, wa? Alter, wie erschreit. Boah, 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 boah. Hammer. Morgen. Ja, wie hab ich gewusst, dass der denn kommt? Ich hab' gehört, dass meine S-Mine explodiert ist. Und es ist keiner dabei gestorben. Das fand ich natürlich nicht so nett. Wenn die schon explodiert, soll dabei auch gefälligst einer sterben. Guck mal, was hier so abgeht. Ist mal nüscht. Muss ich schnell hier lang? Der wird mich gehört haben. Nee. Oder er kommt von hier unten. Auch nicht. Okay. Da war grad einer. Der läuft noch, der läuft noch, der läuft immer noch. Der klettert da hoch. Und jetzt ist er tot. Wunderschön. Halt die Fresse. Brünchen raus. Jetzt mal ne Runde campen. Ich leg noch. Nein. Ich hab gedacht, ich krieg noch meine Abschussserie. Aber nein. Wieder vergönnt hier. Hätt ich schon meine Hellstorm gehabt. Und mein Blitzi. Und Blitzschlägchen. Das wär doch schön gewesen. Hätten wir uns alle gefreut. Und dann. Und dann. Morgen. Alter, was? Was geht bei ihm denn los? Ab. Ja. Genau. 180 No Scope, sagt er. Beziehungsweise er hat sogar gescoped. 180 Scope. Läuft nicht so schön die Runde. Das sehe ich daran, dass ich im Scoreboard ganz weit oben stehe. Das heißt, mein Team ist gerade semi-gut unterwegs. Na, Arschloch. Ah, schrei ruhig ins Mikro. Nisterkalle. Jetzt bin ich von meiner eigenen Mine gestorben. Das gibt's doch nicht. Kack, yes, 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 yes. Oder wie nennt man den Zustand dann? Morgen, Amatz. Warum bin ich Arschloch? Gibt's denn Executioner ins Gesicht? Kriegt er sich bestimmt gerade auf wie sonst was? Aber ist mir egal. Egal. Guten Tag. Und haben wir denn? 11 zu 9. Oh mein Gott. Könnte auch besser sein, ne? Ich hab so hoffnungsvoll die Abschussserien erhöht. Runter! Ach, schloch. Dieser Amas, der rennt einfach. Pum, pum, pum. Der tötet da oben auch alles. Sprengladung geworfen. Feindheitsabstand einnehmen. Abgeschossen. Nicht mit mir, mein Freund. Irgendwann ist mal Schluss mit lustig. Feindliche Drohne nähert sich. Ah, da schimmelt einer, ne? Oh, ich bin Käpt'n Schimmel. Ich hab Sand in der Mumu. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Er ist gar nichts, er ist ein scheiß Camper, er ist er. Mit Autosniper. So sieht das nämlich aus. So Leute, das war eine Runde Call of Noob, ich hoffe ihr hattet Spaß, war ganz lustig. Ich stelle den Typen nochmal stumm. Geht er mir nicht auf den Sack? Ah, er ist raus. Oh, mi 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 mi. So, bis demnächst bei Call of Noob.